Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr draufgeklickt habt. Wir möchten euch heute unser Curls Bundle vorstellen, nämlich im Einsatz zur perfekten Locken Haarwaschroutine. Los geht's auch schon mit unserem Shampoo. Dieses hat eine sehr, sehr schöne Doppelwirkung, nämlich zum einen reinigt es sehr mild, aber versorgt gleichzeitig die Locken mit der richtigen Feuchtigkeit. Ja, dieses wird natürlich schön aufgeschäumt am Ansatz. Der Rest wird in die Längen verteilt. Das Shampoo lässt sich wirklich sehr, sehr schön aufschäumen, weshalb man auch wirklich nicht viel davon benötigt. Wer schon bei uns war, kennt sie vielleicht. Unsere Kopfmassagen gibt es natürlich auch immer noch dazu. Das Ganze wird dann einmal ausgespült und dann geht es auch schon weiter mit unserer Haarmaske. Diese könnt ihr jede dritte bis vierte Haarwäsche in die Haare hineingeben für einfach nochmal diese Extraportion Pflege, Extraportion nährstoffreiche Versorgung der Locken. Und hier wäre dann auch die Stelle, an der man dann die Haare sehr, sehr schön durchkämmen kann. Man sieht, die Sarah fängt schon an, die Haare abzuteilen, um sie dann anschließend mit unserer Bürste, die ihr übrigens auch bei uns im Onlineshop findet, einmal schön durchzukämmen. Ja, dieser Vorgang trennt einfach nochmal jede einzelne Locke schön voneinander, löst alle Knoten und sorgt einfach dafür, dass jede einzelne Locke einfach sehr, sehr schön springen kann. Das Ganze wird dann natürlich, nachdem es fünf bis zehn Minuten eingewirkt hat, gründlich ausgespült. Anschließend geht es dann zum Platz und es geht weiter mit unserem meistverkaufenden Produkt, unserer Zwei-Phasen-Spülkur, unserer Feuchtigkeitspflege. Ein Leave-In-Produkt, was nicht mehr ausgewaschen werden muss, deswegen kann das dann außerhalb der Dusche aufgetragen werden. Je nach Bedarf ein paar Pumpstöße in die Haare geben, funktioniert aber auch wunderbar in die trockenen Haare. Anschließend geht es dann weiter mit dem Styling Mousse, unserem Schaumfestiger. Der sorgt dafür, dass die Spitzen schön gebündelt bleiben und die unten nicht so aufblusen, gibt diesen sehr, sehr schönen definierten Look und macht nicht hart. Also ihr habt danach wunderschön weiche Locken, aber trotzdem diesen sehr, sehr schön definierten Look. Je nach Haarmenge natürlich die richtige Menge an Schaum von unten nach oben in die Haare einkneten. Anschließend könnt ihr die Haare Luft trocknen lassen oder auch föhnen. Wir föhnen immer mit einem Diffuser. Der sorgt einfach dafür, dass die Haare nicht weggepustet werden. Mit wenig Hitze und wenig Wind werden die Haare getrocknet. Kopfhaut natürlich nicht vergessen. Und anschließend wird dann auch von unten nach oben werden die Längen getrocknet. Wir föhnen nie ganz trocken. Locken werden immer am schönsten, wenn sie so die letzten 10-20% noch an der Luft weiter trocknen. Und der allerletzte Schritt ist dann auch schon unser Styling Fluid. Ist eine Art Lockengel, welches einen wunderschönen Glanz gibt und auch nochmal einen extra Halt. Das heißt, eure Locken bleiben den ganzen Tag über schön definiert. Abstehende Härchen werden hierdurch auch nochmal beruhigt. Also wirklich ein sehr, sehr tolles Produkt. Ja, und die Kombination aus all diesen Produkten gibt dann dieses wunderschöne Ergebnis. Diese Naturlocken glänzend, versorgt mit Feuchtigkeit, kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. All das, wie gesagt, geschafft mit unseren Produkten, mit unserem Curls Bundle, bei dem ihr euch übrigens 10% sparen könnt. Ja, also falls ihr da Interesse habt an diesen wundervollen Sachen, schaut gerne bei uns im Onlineshop vorbei, www.jörgmeichfriseure.de oder auch der Link in unserer Instagram-Bio. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.